Hallo liebe tiefste Freunde zu einer neuen Partie FIFA 22 und zwar Arminia Bielefeld gegen Borussia Mönchengladbach werden wir heute gemeinsam erleben. Wir spielen wie immer auf der Stufe Profi und steuern die Heimmannschaft bereits so gut. Ich bin gespannt was uns heute erwarten wird. Das ist die Ausgangslage. Jetzt kommen noch die Aufstellungen. Dann kann es losgehen. Ich bin bereit, ich hoffe ihr auch. Es wird auf jeden Fall ein schwieriges Spiel werden bei uns. Ein Shake natürlich, davon fehlen. Ganz klar. So. So. Die Gäste auch noch. Bitte. Fühlen wie er hier in der Rahful Street sind. Okay, ich bin bereit, Bielefeld in den Gestalt-Brigoos, jetzt mal hier ein bisschen Ordnung schaffen, so, ganz lässig geht sie nach vorne, schöner Ball hier, klasse, schöner Ball, im letzten Moment dazwischen. Klasse, wunderbar befreit, jetzt haben sie Platz hier, Ungegauber, ne, kommt auch nicht alles, nicht viel Ungegauber, wunderbarer Part, raus auf Krüger, Krüger, Backe, und dann der Sommer dazwischen. Nicht zu spät. Leute, 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 Marina, alles gut. Ich sehe da, ganz in den Balken wieder. Schöner Ball da, raus auf Netz, abseits. Ja, jetzt wird das erwartet, schwierig nie werden für Bielefeld. Schöner Ball hier, klasse, wimmer, in die Mitte, Leiden, los. Oje, das war eher ein Schuss, als eine Flanke. Können Sie mal probieren. Können Sie mal probieren. Können Sie mal probieren. Können Sie mal probieren. da. Und dann der Direktschuss hier, aber klasse, Ortega im Tor. Super Parade von Ortega und jetzt muss Bielefeld wirklich aufpassen. Mit dabei. Sierra, Sierra. Durch. Paul Schiri. Trümmer. Brava. Eins. Du wichst. Gab's halt viel wie. Boah, steht da viel genug. Oh, da wäre beinahe die Möglichkeit gewesen. Und dann... Die Super merke, dass das hier ein wirklich schwieriges Spiel wird. Und jetzt... Kleiner... Der Flacke, wieder Ortega. Ruhig. Ihr müsst ruhiger spielen gehen. Ruhig. Genau. Jetzt... Befreiung wieder über... Krüger. 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 Jetzt lang vor. Ruhig. Das darf nicht passieren. Diese Fehler. Das ist recht. Ja. 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 1-0. 1-0. Super Ding. Da fiel kurz der Film aus. 1-0. Ein schönes Ding hier. Wahnsinn. Ja. Das müssen wir nochmal nach der Wiederholung anzeigen können. Komm, komm, komm. Ha. Nochmal. Die Wiederholung anschauen dann später. Bei den Highlights. Wunderbar das Ding. Oh, voll nix, Bello. 2-0. Jetzt geht's da hin. Gladbach. Macht ernst. Macht Druck. Nee. Ah, geile Chance. Mühe. Ortega. Oje, 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 oje. Noch eine Karte dazu für Bello. Das liegt Bello. Zur Rückgabe. Aber keine Pause für uns. Das wird schwierig. Tja, weiter geht's. Zweite Hälfte, jetzt einmal. Ja, das war gut gemacht. Ein Wurf. Mann. Oh Leute, Ortega. Ja, wenn sie mal spielen können, dann wird's gefährlich. Wieder der Schussversuch und dann Ortega rettet im letzten Moment. Jetzt. Ich hätte schon lange nicht mehr auf dem Tor gewesen. Wird's los? Abseits, oder? Meine Fresse. Ai, 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 ai. Das war die Abseits. Nächster Einwurf. Jetzt. Zum Eckball. Eine kurze Ecke, komm, komm, komm. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ja, Zehra, jetzt setzt sich da durch. Muss aber warten, bis da jemand mitkommt. Zehra! Bei mir. Well, ja, ich bin der. Und dann geht's. Und dann geht's. Abflug, erster Wechsel. Ja, so ist gut, verteidigt, geht noch. Wieder mal, Kukawa, wieder abseits. Böte, Prima, Giri, die Fußspitze, meine Herren. Kann doch nicht wahr sein. Nee, nee, nee. Neu auf dem Feld, die 110, Markus Thuram. Leider, Amplüte. Oh Mann, da kommt der Kopfball zwar, aber nicht gut genug. Und dann im Nachtfluss, der nächste Versuch von Neuhaus, Ortega ist da. Der kann er mit. Abflug. Abflug. Oh ja, sehr gut. Jetzt wechselt er auch. Bielefeld. Ach, dieser letzte Pass wieder. Wegball, nächster Wechsel. In der Prinzip, da sind wir leider noch nicht so gut aufgestellt. Also ich zumindest nicht. Da muss ich noch einiges tun. Nehmen wir mal den nächsten Stufwechsel mit Morrig. Jetzt bin ich zwar teilweise schwindlig. Jetzt der Wechsel. Sehr gut gemacht. Ja, 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 ja. Wir sind ein paar Verrichtung. Oh, blick. Tiga. Eine Viertelstunde noch. Oh, Bielefeld! Gab es eins! Ah! So kann man das auch machen klären. Wunderbar, komm, komm! Das ist gar nicht schnell! Das ist gar nicht schnell! Aber macht es mal alleine! Junge, Junge, Junge! Sie leben noch! Wegball! Der erste, glaube ich, heute! Wer ist denn jetzt hier? Oh, Leute! Riesen-Sprint-Tor an! Geht schnell! Ja! Warte, bitte! Ab aus der Händerschutz! Bello! Klärt! Da! Fehler! Jetzt aber! Raus mit dem Ding! Oh, der hat ja dem Netz, glaube ich! Ja! Ey, 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 ey! Was denn Schuss? Da liegt einer! Das sieht nicht so gut aus! Der Schöpf liegt da! Ja, wir müssen ihn rausnehmen! Den Schöpf, der muss ganz raus! Dann nehmen wir jetzt mal ein bisschen den Riedel rein! Oh, er hat Bös erwischt! Bös, 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 Bös! Gegner zu Knie! Ja, ich bin ein bisschen. Wie ist die Böne? Ja, genau! Ja! 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 Ein Stockhof! Ah! Absal abseits! Junge Junge! Warum läuft der nicht mit? Warum bist du so frei! Die nächste Glanzparade Ortega? Und jetzt wieder, какие Versuche! Die Spieler war nicht ganz Rich im Haul. am nächsten Mal. Jetzt einmal raus. Ruhig. Jetzt muss ich mal alleine mal hier was probieren. Es ist so viel Platz. Riesenplatz. Brava! Schön. Aber leider zu spät. Der Versuch. Normal hält. Nee. Das war's. Bielefeld verliert. Gegen Gladbach. 0 zu 2. Leider sind wir nicht erfolgreich heute. Und wenn wir beim nächsten Mal erfolgreich sein werden, das werdet ihr sehen. Um rechts die Playlist nicht vergessen. Wenn's gefallen hat, dann Daumen nach oben. Abo dalassen und weiterempfehlen. Ich sag danke. Jetzt kommen noch die Highlights. Und ja, bis zum nächsten Mal. Zwei, 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 zwei. Zwei, 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 zwei. Zwei, zwei, zwei.